Guten Morgen, wir sind heute in Kollenberg. Wir nehmen euch wieder mit und ich glaube, viel mehr Ansprache brauche ich jetzt auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich glaube, das kann man wirklich mal einen Einschießplatz nennen. Für jeden was dabei. Wir haben Scheiben, sogar noch mit Kennzeichnung der Distanz. Hier zum Beispiel 25, da haben wir 30. Aber wir sind ja nicht hier für die Scheiben, wir sind hier für die Tiere. Guckt mal. Das nenne ich mal Auswahl. Okay, ich glaube, der Dino ist nicht mehr ganz neu. Der ist schon ein bisschen ausgestorben, aber der Rest ist doch wunderschön. Und da wären wir schon am ersten Ziel. Also die Tiere unten am Fluss, wunderschön. Apropos Tiere unten am Fluss. Ja, also Teddy und Bardo haben ihren Spaß. Sie können hier planschen. Also von den beiden gibt es bestimmt eine klare Empfehlung. Und das ist doch ein bisschen am 31. Hat pelos. Sehr gut. Und da waren wir auch ab 20. Das ist schon trocken. Das ist schon trocken. Musik Das klang wie meiner Ich glaube schon Der ist natürlich schöner Musik 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 So, hier haben wir ein Warzinschwein, verfolgt von zwei Löwen. Natürlich darf ich hier das Warzinschwein nicht schießen. Warum? Ja, mein Auto heißt Pumba. Alles klar? Das können sich nur die Ohren schreiben. Ja, würde ich sagen, Bärbel. Bärbel tot. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.